hallo liebe freunde bei diesem kleinen ankündigungs video von mir batian lp ja die nächsten projekte wollte ich mal ansagen es wird wahrscheinlich so sein dass es entweder hawks 1 sein wird für meine lieben hawks fans von teil 2 das ganz gut gegangen ist von den views ja und auch von den commentaries und vom feedback und von allem eigentlich also ich habe tipps bekommen mir wurden lieblingsflugzeuge geteilt mir wurden wurde kritisiert es alles es wurde positive sachen rausgekommen ja dann zur weiteren auswahl steht dann noch max pain 3 das ziemlich sicher kommt also max pain 3 wird sicher kommen und dann bin ich zwischen hawks 1 und crisis 1 bin ich mir noch nicht ganz sicher was ich da mache auf jeden fall das erste müssen mal die zwei parts fährt die art die zwei projekte fertig sein jedenfalls eins davon dass ich das nächste anfangen kann so dann ankündigung zum gewinnspiel wenn ich 15.000 views erreicht habe dann gibt es ein neues gewinnspiel zum gewinnen gibt es dann eine soundcard dem wert von 80 euro im handel auf jeden fall im internet kostet sie momentan so um die 60 euro welche es ist sage ich euch noch nicht dass es ein kleines geheimnis bleibt ein kleines geheimnis weitere ankündigung ab heute dem sechsten siebten 2012 spare ich auf eine gtx 690 jawohl so sieht es aus dann wird meine gtx 680 von gainworth verkauft ich denke mal ja 300 dürften da schon rausspringen bis september noch schauen wir mal wie sich so der preis entwickelt im handel darauf werde ich mich dann einstellen habe sie mir selber im märz erst gekauft die wäre dann ein halbes jahr und da dürfte ich schon 300 noch bekommen wenn nicht mehr ein paar fragen mich wegen meinen let shows test drive unlimited 2 ja kommt noch wird noch kommen ja im november dann hitman absolution vorbestellt habe ich schon jetzt habe ich einen anruf bekommen block ich kurz ab ja das war es alles max pain 3 kommt dann bin ich noch zwischen hawks 1 und crisis 1 es wird auf gtx 690 gespart und bei 15.000 views kommt ein neues gewinnspiel wo ihr eine soundkarte gewinnen könnt also danke fürs zuhören bis zum nächsten mal euer batian lp